hallo liebe freunde herzlich willkommen zu einer neuen folge new star manager hierbei finnie zockt so wir sind hier in der mannschaftsaufstellung machen wir das tippenvorschlag und dann spielen wir schon das nächste spiel im durchgang wann werden wir sich fürs training auswählen so schnell mal nicht gegen meppen zu hause das müsste glaube ich die direkte tabelle sein wenn ich mich nicht irre nein osnabrück wäre das nächste gewesen aber gegen die haben wir schon gespielt ok da spielen wir in rosa gegen blau das ist mir recht und los geht's damit wäre ich zufrieden so ja und jetzt schuss jawohl 1 0 rorschach führt so machen wir weiter hier der kann sogar noch durch so jetzt hier nach vorne gesprintet und eiskalt eingeschoben 2 0 naja das ging ja mal jetzt flott herrte wird notiert er hat mir gerade gefehlt so dass hauptzeit noch mal flott weiter jetzt ist amazon verletzt also wie man es macht ist doch nix da kommt sacks rein gut ja ich würde gerne noch genau eine situation haben zum tore schießen wie es so schön heißt und dann so jetzt aber ich dachte doch gerade was ist denn jetzt los ja jetzt muss er noch selber hinlaufen naja gut wir spielen mal rüber die sichere variante und dann vielleicht nach da dann hier rüber und dann wieder nach damals flanken wir probieren es mal mit einer flanke naja die kam er so semi an und gott doch gott doch gott da machen flotten neu versuch mal auf kohl der man durch gesteckt schafft man nicht ganz jetzt aber und der hier jawohl 3 0 hervorragendermaßen so da können wir mal ein bisschen zurückgehen wir haben noch ein freistoß für rorschach ja gut wir sind rorschach das ist klar dass er für uns ist wenn er für rorschach ist wenn ich sag wir haben ein danke gut perfekt so wollte ich das und jetzt das vierte sehr schön spiel ist rum klare sache kein großes ding ok immer noch drei punkte vorsprung erster die anderen schlafen aber nicht das hat mir jetzt gesehen ansonsten wir haben schon ein interview also fragt unter druck wie lautet der namen ihres fitnesstrainers bergmann kogler keine ahnung die habe ich mir noch nicht angeguckt ja flott zum nächsten spiel da vergessen wir das ganz schnell so sonnhof groß aspach info partie vorschau ist elfter also sollte kein großes ding sein er bestätigen los geht's wir spielen blau gegen rot schwarz ist also schon rückrunde und die haben schon hier wieder ersten problemchen ja rote karte das hört sich doch schon mal sehr gut an tauber auf winter und winter bleibt eiskalt aber nicht eiskalt genug wir machen schleunigst einen neu versuch noch mal tauber noch mal winter dann laufen wir diesmal erst ein bisschen und jetzt gnadenlos rein 0 zu 1 6 der siebte minute nächste chance nächste ballverlust situation nein das wollte ich eigentlich nicht haben na gut dann spielen wir doch mal halt 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 so nicht mal freund nehmen in die gelt so und ihr jetzt Ahn gehalten das sind mal frech und versuchts tatsächlich aber na gut wir fähren jetzt nun wichtig die auch noch Geld aber die kleine rote freundchen so spielen wir nicht, wir sind Schweizer in dem Fall, die zwar in Deutschland spielen aber ja, egal das machen wir nicht gut, Taktik, ach so, ne dann halt, der Torchance auch gut der ist schon im Abseits, der bringt mir nix sagen wir sie jetzt kaputt, hallo Kollege, jetzt geht's ich dachte doch gerade noch was nein, Arek ja, nein was soll denn der Käse jetzt aber nicht im Abseits jawohl, jawohl nein ich hab's gemerkt, jetzt Kicks in meiner Stimme aber trotzdem das sowas muss dann reingehen wir machen die komischsten, krömmsten Dinge aber sowas geht nicht rein da kriegt man doch ja, Strafstoß, da kriegt man doch die Krise Tor, 0-2 eiskalt abgeschlossen so, wir haben schon noch einen Freistoß, den schlagen wir mal gleich da rüber und dann das Ding hier hin naja, das war nicht sehr gefährlich aber gewonnen 2 zu 0 wir können nicht motzen fahrt die Partie ich glaub, es hat ihm zwei Tore gemacht das reicht doch zumindest fürs Erste hier alles abgeschlossen da kriegt er nochmal Kohle geil jetzt haben wir über 30.000 was haben wir noch schönes Fitness gedöhnt wir können also unseren Trainer updaten ähm, gegen Arminia müssen wir gewinnen Besprechung, Pressekonferenz ok also erstmal Fitness hier hin gut dann Team Kärtchen Treffen mit McNiven mit der Entwicklung ok und dann ähm brauche ich noch eine Karte für den Kollegen hier unten hätten das schon so, gegen Unterhaching schaffen wir das? ja schaffen wir, würde ich sagen ähm Unterhaching ähm ach so, ich dachte gerade was ist jetzt kaputt ich würde eigentlich schon gerne in Rosa spielen sonst spielen wir Rosa gegen Weiß Höhing wer heißt denn Höhing wie sieht denn der aus? Höhing ach das ausgewechseln worden so Käse naja ok Grohl schickt jawoll und nein oh Millimeter vorbeigebombt oh sowas muss doch reingehen Kollege reingehen jetzt machen wir da sowas ok lauf du mal hier hin wir spielen da hin ja 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 nein äh genau von Mann halt nochmal hier hin machen wir ein bisschen klein klein nehmen machen wir mal nicht wir spielen wieder raus ähm oh wir kamen sogar durch oder haben uns aber Glück gehabt nein halt oh wir können es versuchen aha gehalten da fangen wir zu wahrscheinlich den Ball weg ne nicht mal sehr ich rede heute echt nur Stuss daher alles was ich sag tritt nicht ein so dann machen wir jetzt hier kein Tor ja das war dann wieder richtig oh die erste Ecke hier am Computer da hatten wir nämlich noch gar keine ja wir schlagen einfach mal rein oh Gott oh doch die kamen perfekt geil jawohl 1-0 sehr schön jetzt ist Kroll verletzt oh komm ey das Spiel hat Essig so Schlamm ausgerutscht Schlamm gibt es bei uns nicht im Unterhaching oh je die fangen mittlerweile auch an zu spielen ich meine so schlecht sind sie ja nicht positioniert in der Tabelle als dass sie das nicht dürften trotzdem ah Mann unsere Chancenverwertung ist echt eine Katastrophe so da spielen wir mal hier Seitenwechsel oh ja genau genau nach vorne und jetzt jawohl 2-0 perfekt als man das mal keine Traumbude war dann weiß ich auch nicht nein wir sollen jetzt keinen Auswechselspieler bringen erst wenn er an Orange wird danke oder spiele Tröpfel so vor sich hin und da brauchen wir eigentlich fast nichts machen oh wir haben noch mal eine Chance äh da wollte ich ihn ein nein da wollte ich ihn genau nicht hin haben ahhh so ein Käse so ein Käse der ist weg Krampf jetzt ist Spiel rum ja 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 aber schnell so wir mühen uns zum Sieg so man hackt's oder was das war ein klares 2 zu 0 was gibt's da sich zu mühen zum Sieg also bitte den Käse könnte jemand anderen erzählen so blablabla 73 ohne 86 ok Dilemma Zings Verbesserung äh äh Presse könnten wir dann brauchen und Kohle und wir haben gerade noch ein Spiel gegen Münster ok wir bestätigen äh grün gegen rosa hätte ich nichts dagegen und wir können loslegen 4 ��도록 ehe rosa die Chance auf'n anknäblo das hört sich schon beim klicken an und weil hier in die Mitte und tower über Ruhr vorbeigeiert ok jetzt spielen wir mal auf McNiven dann auf Taube gut dann spielen wir nochmal rüber so ein Käse gut und jetzt machen wir eine Flanke nach da genau jetzt wollte ich eigentlich mit dem laufen aber es wird vermutlich eher weniger was ähm wir köpfen den mal nach da hinten und er kam sogar an gut na denn Prost nee aber ja nein ah schade wo spielt denn der hin so Käse halt hier hin äh 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 das war jetzt aber knapp mein lieber Schwan mein lieber Schwan ok und nochmal eine kleine Flanke und jetzt passt der Kopfball auch rein ja genau und Torwart in die Arme so dann halt doch nicht oi 16. Minute immer noch nichts gemacht da vorne ok Jekyll hier hin ja und wir versuchen es mal aha klasse Parade aber das muss man sagen und Flanke und Kopfball ach komm der kam wieder zu früh runter so ein Käse oder wir haben den Ball nochmal wir haben den Ball nochmal ich würde sagen wir schießen mal nicht direkt das war ja ein Rückpass das war ja kein Schuss was war das denn jetzt für ein Käse halt halt jetzt ja genau hier hin schön jetzt faun sie gleich mal sag mal hackt es jetzt oder was so dann mal hier hin nein ach so ein Käse halbzeit wir sind im Angriffsmodus das hört sich gut an ok ähm jo wir flanken mal genau genau und das wird ja auch nicht mal so ungefährlich aber wieder mal vorbei wie üblich halt oh Leute tatsächlich nur die Pfade war das diesmal könnte das Fahrt schreiben ja jetzt sind es wieder die anderen also Kollege und hier geht's zum Tipp und der Tipp sagt mir 90% Zufriedenheit ok wir spielen gegen Ahlen das machen wir noch ok Essig den könnten wir austauschen gegen wen gegen haben wir kein rechtes Milchfeld doch blöd bestätigen das mal nehmen wir dann halt gar nicht erst mit das passt soweit los geht's Ahlen kann anfangen das ist doof vor mich jof Gott ist das ein Name da würde ich mich schämen so und jetzt aaaah schade 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 so spielen wir den den jetzt hin alle sind gedeckt ok der mal nicht zumindest nicht so dass es was gebracht hätte gut und jetzt dich nein halt Kollege halt was soll denn der Käse hier der soll mal da hinlaufen da spielen wir auch hin so jetzt machen wir die Kamera wieder richtig jetzt und das Ding bringen wir bitte nein oh wie viel Pech kann man denn haben und laufend hätte ich gerne zumindest das denn jetzt hier völlig unsinnig so und dann nein ach neu Versuch ah wir haben ja noch neu Versuch das hört sich ja gut an also Freistoß nein warum geht der da immer gleich weg oh so ein Käse Arlen hat den Ball geklärt Schiedsrichter ausgesehen ja jetzt holt kriegt er jetzt wieder Geld also jemals macht ist nix was haben wir jetzt nein oh da brauchen wir keinen weiter und gleich weiter jetzt kann Winter nicht also jetzt ist echt mal zappenduster hier das Team bitte unser Ersatzmann danke jetzt gehen die auch noch in Führung wir müssen mal angreifen hier Kollegen Tauber der musste eigentlich alles alleine machen so größtenteils da vorne faul dofi sorry das Bessers ist mir jetzt gar nicht eingefallen ja das war klar da hält er den Schlappen dazwischen oh so jetzt würde ich gerne mal noch zumindest einen ach komm viel zu husch husch gespielt nein jetzt mal Kollege lauf dann jetzt halt mit der Brech Stange das altbewährte Mittel jetzt was macht der denn hier was für ein Käse war das denn jetzt hey ja das war mir klar der geht ihm genau wieder mit dem Fuß anstatt dass er einfach stehen bleibt letztendlich weiter Strafstoß wieso denn jetzt Strafstoß jetzt haben wir noch eine Konterschance ey die müssen wir jetzt aber auch machen Leute so mein Lieber du läufst jetzt zumindest ein Ehrentrefferchen wäre noch schön das gibt's nicht auch den kratzt er noch raus ja das war jetzt auch Käse das war viel zu optimistisch na gut Niederlage gut liebe Freunde ich würde sagen reicht auch für die Folge schon wieder ich freue mich wenn es euch gefallen hat dann sehen wir uns in der nächsten Folge aber halt stopp wir holen uns gleich noch Nachwuchsspieler ey Torwart das hört sich doch schon mal gut an ok wie gesagt nächste Folge geht's weiter bis dann tschö